Ja, ich bin heute gut drauf, deswegen gibt's noch eine Episode! Und wir legen uns schon wieder mit Mr. Grimgram an! Mr. Grimgram mag uns nicht, Mr. Grimgram hat uns nicht lieb! Ähm, war mal weg damit. Achso, war nicht. Okay, weiter geht's! Nicht so schnell, P.K. Nimm dich in Acht! Meine Scanner zeigen eine gewaltige Energiequelle an hinter dieser Tür! Taser-Tür! Boss-Time! Endlich Boss-Time! Wurde auch mal Zeit. Wurde auch mal Zeit, dass man uns endlich mal einen Boss gibt, obwohl der ist ziemlich groß. Ich bin ein Superman, nur ein kleiner. Und ich bin ein Kronianische Imperium aufzuhalten. Man kann das Unvermeidliche nicht aufhalten. Ergibt sich. Sofort! Ich ergebe mich, wenn deine hässliche Visage diesen, diesen, diesen hässlichen Fußboden küsst. Naja. Dann wirst du die gewaltige Macht von Soster spüren! Also, ich hätte mir ja definitiv einen cooleren Spruch ausgedacht. Sowas wie... Ähm... Your life ends here! I won't let you do this! Und sowas. Irgendwie sowas total Anime-mäßiges. Okay. Bis jetzt stinkt er nur. Er ist langweilig und stinkt. Ich falle jetzt einfach mal auf ihn. Es bringt nichts. Okay. Das dauert ein bisschen. Ah! Oh Gott! Der dreht durch! Der dreht durch! Ähm... Oh, danke! Hä? Was zum... Okay. Das ist nicht schwer. Der ist Toho. Oh Gott! Ich kann auf ihn schießen. Warum sagt mir das keiner? Das ist nicht easy. Ich charge schon mal. Aua! Chargen. Nein. Okay, doch. Oh, das hat noch getroffen. Ah, das war Phase 1. Okay, das war Phase 1. Phase 2. Oh. Ja. Dankeschön. Noch weiter weg ging's nicht, oder? Ja, das ist dieser Trick, den man bemerken muss. Man muss, ähm... Wenn man Energie braucht, muss man auf die Schilde von denen schießen. Weil dann kriegt man Health. Oh! 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 Dürfte eher amachbar sein. Okay. Ach so, selbst deine Phasen haben noch Phasen. Oh Gott. Concentrate. Concentrate. Immer drauf... Immer schießen. Immer schießen. Und ausweichen und ausweichen und ausweichen und schießen. Und ausweichen und schießen und schießen und schießen und ausweichen. Und er hat noch eine Phase verloren. So, letzte Phase. Ja, da guckst du, wa? Da guckst du. Ich wollte erst mal Health. Health, Health. Mein Plan... Shoot the crap out of the sky. Abvisieren. Mitnehmen. Anvisieren. Drüber... Mann. Beschäftigt ist ein Status. In dem man nicht stören soll. Irgendwann mache ich mal ein Video für euch. Die Bedeutung des Wortes beschäftigt. Okay. Eins noch. Eins brauche ich noch. Eins will ich noch. Okay, jetzt will ich... Ja, okay, das war echt. Komm schon. Oh Gott, der hält aber eine Menge aus. Okay. Dankeschön. Charge it! Oh oh. Ist mir egal. Ist mir egal. He's dead. Totally dead. Ja, Rechenfehler. Sehe ich aus, du Affe. Rechenfehler? Ebronianischen Freunden, dass die Erde nichts für eine Invasion ist. Seh mich an. Dankeschön. Und auch niemals sein wird. Glaub ja nicht, dass damit schon alles vorbei wäre, Erdling. Ha 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 ha. Oh boy. Bitte melden, PK. Komm sofort zum Dugler Tower zurück. Die Ebronianer sind überall. 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 Überall ist sogar so schlimm. Besser immer noch als nirgendwo. Weil nirgendwo ist eine Ortangabe, die nirgendwo ist. Und nirgendwo ist, finde ich, ein böses Wort. Boah. Ich hasse Loading Screens und so'n Scheiß. Du 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 du. Was auch immer. Mann, wie soll ich grad so voll Bock auf Kuchen? So richtig Bock auf ein schönes Stück Apfelkuchen. Ja. Ich glaub, das sollte erstmal reichen. Hier geht's das nächste Mal. Okay, irgendwo sprechen wir nochmal. Offensichtlich nicht. Also. Hier geht's das nächste Mal weiter. Ich hab mir gesagt, ich mach bis zum Boss. Und den Rest mach ich dann nochmal. Also das sind jetzt nochmal drei Episoden. Und wohl. Ach, weißt du was? Ich mach doch ein bisschen. Weißt du was? Ich mach das jetzt. Weißt du was? So. Die Stage wird noch gemacht. Yeah. Ähm. Wo geht das jetzt hier lang? Hä? Das ist nur ne dunkle Wand. Offensichtlich doch. Oh Gott. Aua. Aua. Äh. Hallo. Ich versteh jetzt hier grad gar nix. Ich hab null Plan, wo ich hin soll. Äh. Planlosigkeit. Oh, hier. Oh. Okay. Da haben wir böse Luft. Aua. Schmerzhafte böse Luft. Okay. Und rüber. Und jetzt. Zack, 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 zack. Äh. Das ist ja toll. Was kriegen wir jetzt so ne Art? Greifhaken? Ja, ne? Muss ja eigentlich. Hätte ich mal. Da, 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 da. Die Faust. Bevor du aufgetaucht bist, ist es mir gelungen, ein paar meiner Schwinger hineinzuschicken, um dir in schwierigen Situationen zu helfen. Dein X-Transformer wird sich automatisch in die Schwinger koppeln. Spring einfach in die Luft und halte dann die Feuertaste gedrückt. Dein X-Transformer erledigt den Rest. Alles klar. Das klingt doch mal nach nem Plan und sowas. Wuhu! Damit hätten wir alle Upgrades bis auf das Super Secret Awesome Teil. Boah, was hab ich denn heute? So läuft das. Alles klar, das ist einfach. Im Gegensatz zu gewissen anderen Games. Habe ich recht, Castlevania? Ach. Ach. Eigentlich brauch ich die gar nicht mehr. Ich könnte die jetzt locker verrecken lassen. Aber ich bin ja schließlich ein Held. Und Helden lassen niemanden verrecken. Außer die Lehrer. Obwohl, das sind Wissenschaftler. Wait a second. Oh. Oh, komm schon. Allein von hier. Oh, Mann. Ja, that sucks balls. Gleich ist die Episode schon wieder vorbei. Na, komm schon, stirb. So. Toll, das hättet ihr mir ruhig noch geben können. Oh, g-pff. Sinkender Kack auch noch. Oh, mein Gott. Mein Gott. Ich riskiere sogar für sowas mein Leben. Höh. Meins. Und hoch da. Natürlich. Aua. Oh Gott. Aber da sterbe ich nicht. Was soll das denn? Ach, you know what? Ich brauch diese Ammo nicht. Ich komm auch so ohne klar. Ich meine, das war jetzt ein stinknormaler Cool-Flauch. Cool-Flauch? Die Namen fände ich cool. Cool-Flauch. Kann ich drehen? Nee, kann ich nicht. Hä? Was denn jetzt? Ach so. Regenkarnation der Silversurfer. Du hast nicht mehr viel Zeit zum Reden. Ich muss die Aufnahme beenden, Junge. Okay, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. See ya. Euer Shadow Soul.